Ich bin der Bilal Beruti. Ich komme aus Syrien. Ich bin seit fünf Jahren in Österreich. Also fünf Jahre auch in Wien. Und ich bin wegen dem Krieg nach Österreich geflüchtet. Und ich bin jetzt Straßenbahnfahrer bei dem Wienerleben. Mir gefällt als Straßenbahnfahrer die Verantwortung, dass du mit den 100 oder 200 manchmal Leute durch die Stadt fahren, dass du Wien von einem anderen Blick sehen kannst, den sicheren Job, die Ruhe, dass man also eigene Ruhe hat durch die Fahrer und durch diese Arbeit. Ich habe nicht nur Deutsch lernen müssen, sondern Wienerisch. Also am Anfang beim ersten Tag beim Fahren war ein Instruktor dabei und er hat mir gesagt, vor. Und was ich gelernt habe beim Deutsch kurz, vor ist ein vorne. Ich habe geschaut vorne. Er hat noch wieder vor. Vor. Da habe ich geschaut. Gar nichts. Er hat gesagt, fahren Sie, fahren Sie. Vor. Vormal. Ich sage dir alle Leute, die bei Wiener Linie arbeiten wollen. Es ist nicht so schwer reinzukommen, wenn man will. Einfach sich bewerben und daran bleiben. Es geht.